Moin, willkommen zu Chef kocht, wobei heute wird das nicht ganz stimmen, denn heute wird nicht gekocht, heute wird gebacken. Ich hasse Backen, also ich bin kein guter Bäcker. Ich habe einmal was gebacken, das waren Muffins und die sind ziemlich nach hinten losgegangen. Aber schauen wir mal was es ist, denn heute gibt es einen leckeren Kuchen und zwar einen Kuchen, der als Kinderkuchen beworben wird und da dachte ich, das ist doch genau das Richtige, was wir heute brauchen. Nebenbei ist es noch sehr früh, morgens ist es irgendwie 11 Uhr oder so, aber man kann natürlich so jederzeit backen, das muss nicht unbedingt abends oder mittags sein, morgens geht natürlich genauso gut. Und jetzt schauen wir uns erstmal an, was kommt in den Kuchen überhaupt rein. Als erstes kommt rein, Eier, vier Stück, Bude, keine Ahnung mehr genau wie viele, Milch, Zuckerli, Vanillezucker, Backpulver, Mehl natürlich und was auch noch reinkommt, eigentlich kommt noch Rosinen in das Rezept rein. Meine Freundin mag keine Rosinen, damit die eventuell auch was davon essen kann, habe ich die Rosinen ausgetauscht und zwar gegen einen Block Schokolade. Da steht drauf, ideal zum Backen, Kochen und Naschen. Mal schauen, ob das stimmt, ich bin da eher skeptisch, das sieht irgendwie aus wie Kuvertüre. Oh, doch nicht. Okay. Und die wichtigste Zutat habe ich tatsächlich vergessen, das ist ja schließlich ein Kinderkuchen und deswegen kommt da einfach mal ganz entspannt 250 Milliliter Rum rein. Ja, typischer Kinderkuchen. Aber na gut, schauen wir mal, was das Rezept uns sagt. Nebenbei, ich mache nur die halbe Menge, ich mache nicht die komplette Menge, denn bei der kompletten Menge kommt ein ganzes Kilo Mehl rein. Keiner weiß, was das für ein Kuchen sein soll, ein Kilo Mehl finde ich schon mega viel. Und da bin ich auch mal wirklich sehr, sehr gespannt, was das hier mit der leckeren Pülschung geben wird. Bla, 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 160 Grad. 160 entzückende Grad. Die Butter und den Zucker mit den Eiern zusammen schaumig rühren. Das kriegen wir doch wohin. Das bedeutet, ich brauche einmal meine vier Eier. He, he, boah. Mit einer Hand. Mega cool. Oh, ich finde, Eier machen immer so ein bisschen eklig. Nice. Alter, ich kann das mittlerweile, ich bin ja ein richtiger Profi-Bäcker geworden. Easy. Der Kuchen wird tatsächlich unter Kinderrezepten angegeben. Ich habe nach irgendwas geguckt, was piratenmäßig ist. Und dann wollten wir einen Piratenkuchen vorgeschlagen, da dachte ich, hey, easy, da backe ich halt so eine kleine Torte. Bin ich auf den Kuchen draufgegangen, das ist gar nicht mal so gute Bewertungen, denn die Leute schreiben alles. 400 Milliliter Rum, ja, läuft. Da dachte ich mir, das mache ich, das klingt gut. Äh, das ist drin. Das heißt, ich brauche jetzt 250 Gramm, Budde. Äh, wie ist das denn so ein Block? 500, ne? Oder sind das auch, sind das so... Wait, da kommt der ganze Block rein? Ich packe da doch nicht so... Für wie viele, viele Personen ist das denn gedacht? Ich glaube, ich schneide das mal vorher mal ein bisschen klein. So ein Buch, welche Butter draußen liegen lassen, dann ist sie jetzt schön weich. Alter, Leute, das kann nicht richtig sein. Aber ich mache erst mal die Hälfte rein, dann verrühre ich das. Und dann kommt die andere Hälfte. Was kommt dann noch rein, ganz am Anfang? 400 Gramm Zucker? Alter, das schreit der Diabetes. Ja, ich hätte noch was frei. Ich kann noch ein bisschen Diabetes übernehmen. Äh, was braucht man zum Schneebesen, nicht? Das soll jetzt funktionieren. Ich glaube, man braucht dafür eigentlich eine Küchenmaschine. Sowas habe ich einfach nicht. Das muss der Handbesen dran glauben. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt einfach hier eine Schüssel. Am besten eine, die ich auch in die Mikrowelle reinpacken darf. Und mache das einfach mal ganz kurz in die Mikrowelle. Leider mit. Oh, das war jetzt mal kurz in der Mikrowelle drin. Ob das jetzt so viel gebracht hat, weiß ich nicht. Ich muss erst mal hier allgemein noch ein bisschen das hier verquillen. Hier fliegt mir alles durch die Gegend. Geil ist anders. Oh nö, jetzt hängt die Hälfte da drin. Ich habe da nicht so ein gutes Gefühl dabei. Aber wer bin ich schon? Ich habe halt keine Ahnung vom Backen. Vielleicht ist das auch genau so. Vielleicht soll das auch genau so sein. Das wird bestimmt besser, wenn ich jetzt 400 Gramm Zucker reinkippe. Boah, ist das anstrengend. Bricht einfach aus das Handgelenk ab. In der Suchzeit kann man ja mal ein bisschen Werbung machen. Wenn ihr wisst und wollt, wollt ihr so ein T-Shirt herbekommen, legt in der Beschreibung. Da gibt es das. Es gibt auch noch andere Motive, neue Motive. Ich habe mich noch mal ein bisschen hingesetzt. Ich habe da was gebastelt. Vielleicht geteilt euch wasch. Könnt ihr aber gerne reinschauen. Ein paar Leute von euch haben schon zugegriffen. Vielen lieben Dank an der Stelle dafür. Hätte ich niemals gedacht, ehrlich gesagt. Vor allem bei so einem kleinen Kanal. Aber nö. Alles extra auch so designt, dass man es quasi so anziehen kann, ohne man großartig, ohne, dass er draufsteht, die Schätze oder so. Sondern einfach nur quasi, wer Bock auf den Totenkopf hat mit Kompass, da seid ihr genau richtig. Ach, Kinders. Boah, meine Hand. Okay. Das waren 150. Das heißt jetzt kommen... Es waren sogar nur 130. Ach, komm. Gönn ihr mir. Hier sieht dann noch aus wie Sau. Moment mal. Ich habe doch ein Rührding. Ich habe doch sogar so Knethaken. Oh, ich bin ein Trottel. Oh, besser. Jetzt muss ich auch irgendwie so ein bisschen Mehl dran kippen. Keine Ahnung. So, ich glaube, das reicht. Ich glaube, jetzt bin ich bei 500 angelangt. Teig. Nice. Ist auch komm, was daneben gegangen. Oh, sehr gut. Alles klar. Was kommt dann? Da kommt Flüssigkeit rein. Wie viel denn? Erstmal Milch. Ich muss das wieder halbieren. Also 150 Milliliter Milch. Und rein damit. Ich gehe davon aus, dass die den Rum auch als Flüssigkeit meinen. Ich bin kein Fan von Captain Morgan oder von diesem ganzen Rumverschnitten oder wie man das Zeug auch immer nennen mag. Nichtsdestotrotz, auf euer Wohl. Schauen wir mal, wie das Zeug so schmeckt. Oh Gott. Ich weiß, warum man das immer mischt. Sieht gar nicht so viel aus. Sind aber 200 Milliliter. Oh Gott. Das riecht wie Sonntagmorgen. Ja, das war dumm. Das war dumm. Sven, das war sehr, sehr clever. Ich glaube, prinzipiell bin ich damit fertig. Normalerweise kommen noch Rosinen rein. Wie gesagt, die lasse ich weg. Ich mache das mit Schokolade. Jetzt überlege ich, dass ich die Schokolade einmal schmelzen lasse. Sollte ich vielleicht erst machen, wenn der Kuchen fertig ist. So, bedeutet, der Teig ist soweit erst mal fertig. Bedeutet, jetzt brauche ich auf jeden Fall irgendwie eine Auflaufform oder eine Kuchenform. Meine Freundin hat sowas, da habe ich mir ganz sicher. Die hat immer nämlich so Kastenbrote gemacht, so selber. Die ist ein bisschen klein. Okay, das alles soll jetzt da rein. Das sehe ich noch nicht. Ich brauche noch eine Auflaufform. Oh, ich hätte voll die Idee. Ich mache erst ein Stück davon rein. Ich melze mir ein bisschen von der Schokolade, mache das oben drauf und mache dann wieder Teig oben drauf. Das klingt ja nach einer mega guten Idee. Wir pimpen das Rezept. Machen den Topf da rein. Machen da Schokolade rein. Die Küche sieht aus wie Sau. Ey, Dormi. Was hast du getan? So, aber ich mache nicht alles da rein, sondern nur die Hälfte von der vorhandenen Schokolade. Wie schmeckt die eigentlich so? Oh Gott, weil die ist doch knackt. Ja, muss man mögen. Mh, das geht. Ich bin aber nicht wieder Schokoladen-Fan. What? Jetzt warten wir so lange, bis die Schokolade da, äh, das was macht Schokolade machen soll. Und dann geht's weiter. Sie fängt an zu schmelzen. Ich kann die Milch und meine Kühlschrank wieder sterben. Und die Schokolade kommt hier rüber ja ganz schnell. So, Schokolade ist immer noch nicht geschmolzen. Aber ich habe überlegt, in der Zwischenzeit könnte ich auch einfach schon mal das da da rein machen. Muss ich sowas vorher einfetten? Jetzt ist es zu spät. Wer gerne mal das Rezept nachkochen möchte, der kann sich das unten in der Beschreibung anschauen. Habe ich ja reingepackt. Jeder, der Lust drauf haben sollte, beziehungsweise nachbacken. Und beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall wieder kochen. Bei Backen, das ist so eine Sauerei. Hier liegt einfach überall alles rum. So. Und natürlich alles raus, alles raus, was man so braucht. Gut, mehr ist so ein kleiner Kleck. Soll ich ja tatsächlich die ganze Schokolade schmelzen müssen? Na, 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 na. Na, na, na. Ich mache die ganze Schokolade noch heiß. Und jetzt ist mein Löffel mir da reingefallen. Nein. Das hat eine verpackte Sauerei. Nein. So, ein bisschen verstreichen einfach. So, dass es ein bisschen mehr in der Mitte drin ist. Sehr schön. Genauso wollte ich das genauso. Sieht genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Alles klar. Das heißt, jetzt kommt der weitere Teil drauf. Ich glaube, das ist voll genug. Ich glaube, ich backe da. Hm. Ich mache da nicht noch mehr rein. So, wie lange soll ich das jetzt backen? 110 Minuten? Alter. Das ist ja ewig. Aber okay. Viel Spaß. Mach's gut. Ich hoffe, du wirst was. Gut. Das Ding ist jetzt drin. Das heißt, ich räume auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe mir überlegt, was so dem Kuchen nämlich noch extrem gut passen würde, wäre ein Getränk in dieser kalten und nassen Jahreszeit. Und zwar ein Getränk, das ihr alle schon wahrscheinlich selber sehr, sehr viel getrunken habt. Und zwar Krok. Ihr habt es vielleicht dann nur virtuell getrunken, aber ihr kennt es. Aber ich weiß, dass viele von euch nicht wissen, wie man quasi einen Krok zubereitet. Und das ist halt super easy und geht ganz, ganz schnell. Aber wichtig, da es Alkohol drin bedeutet, für Kinder ist das absolut gar nichts. Alle Nordmänner unter euch werden wahrscheinlich längst wissen, wie das funktioniert. Der Rest, ihr habt mal aufgepasst. Geht ganz einfach und geht ganz schnell. Als allererstes brauchen wir einmal heißes Wasser. Die zweite wichtige Zutat ist Tee. Dann braucht ihr noch eine Zitrone. Scheiße. Rohrzucker. Es tut aber auch Honig, also ihr müsst nicht unbedingt Rohrzucker nehmen. Ich finde es mit Rohrzucker ein klein wenig besser. Normaler Zucker tut es natürlich auch. Dann braucht ihr noch Nelken. Und damit aus einem heißen Tee mit Zitronen und Nelken ein Krok wirkt, braucht ihr nur noch Rupp. Wenn ihr euch sagt, die Plörre da hinten ist euch nicht gut genug, dann müsst ihr euch besseren rumholen. Aber mit dem tut es halt auch. Das ist halt der Standard-Überserum, den man überall bekommt. Und naja, Krok machen ist jetzt denkbar einfach. Ihr macht erstmal euer Wasser heiß. Wasser heiß machen wir doch mit dem Fingerschnipsen. So, Wasser ist heiß. Ihr nehmt euer Gefäß. Im Ideal vernehmt ihr eins mit dem Henkel. Ich habe aber keins, was schön ist. Kippt da euer Wasser rein. Nehmt einen Teebeutel. Wer hätte es gedacht. Als nächstes eine Zitrone. Was helfen kann, ist, wenn man die Zitrone vorher einmal ein bisschen rollt. Dann gehen die Wände innen kaputt und der Saft kommt dann ein bisschen besser raus. Ein scharfes Messer. Einmal schnell. Und zur Seite. Und dann schneidet ihr einfach mal einmal eine dickere Scheibe davon ab. Und der Rest kann auch schon wieder weg. Als nächstes einfach drei Nelken. Ihr stopft die hier rein. Nelken sind optional. Müsst ihr nicht unbedingt nehmen. Ich finde das aber immer sehr lecker. Damit das besser reinpasst. Eine Ecke weg. Glas wieder zu euch. Und schau mal, das da rein. Als nächstes Rohr zu Gell. Müsst ihr selber wissen, wie viel. Und zum Schluss einen guten Schluck rum. Und das lasst ihr jetzt einfach ein paar Minuten ziehen. Bis der Tee so stark ist, wie ihr ihn gerne hättet. Und das war's. Ihr habt euch Krok gemacht. Super easy, super schnell und schmeckt echt gut. So, die Zeit ist so gut wie rum. Ich habe die Temperatur ein bisschen höher gestellt. Tatsächlich deswegen sind noch zehn Minuten eigentlich auf der Uhr drauf. Aber ich schaue jetzt trotzdem schon mal rein. Und vielleicht ist er fertig. Sieht gar nicht so schlecht aus, du. Optisch sieht es okay aus. Angeblich soll man mit einem Holzstäbchen reinpiksen und gucken, ob er gut ist. Gut. Vorher weiß ich jetzt, ob er gut ist oder nicht. Also ich kann durchpiksen. Als andere hat mich aber auch gewundert. Hä. So, dann schneide ich dich einmal an. Du kleiner Mann. Du bist ganz schön locker. Ich habe keine Ahnung, ob er unten angebrannt ist oder nicht. Oder ob es die Schokolade ist. Aber ansonsten würde ich erstmal sagen, sieht das gar nicht so schlecht aus. Ich habe ihn jetzt noch nicht so wirklich lange abkühlen lassen. Also nur ein bisschen, nur ein paar Minuten. Der Kuchen. Also optisch würde ich sagen, ist es okay. Von der Seite sieht man sogar ein bisschen, dass unten die Schokolade tatsächlich so ein bisschen durchgelaufen ist. Eigentlich ganz cool. Und jetzt bin ich gespannt, ob der stark nach rum schmeckt oder nicht. Ich glaube, der braucht noch ein paar Minuten. Der ist noch so halb roh. So, er war jetzt nochmal 15 Minuten drin. Der Krok ist mir aber leer. So, mit perfekter Zeitpunkt nochmal den Kuchen rauszuholen. Und schauen wir mal, ob es jetzt was geworden ist. Ich habe da meine Zweifel. Aber, naja. Der ist jetzt noch mega heiß. Sieht aber genauso aus. Das hat sich irgendwie wenig getan. Das schmeckt wie roher Teig. Nee. Geil ist anders. Im Moment, da habe ich da irgendwas komplett falsch gemacht. Oder das Rezept ist wirklich einfach vollkommen für die Tonne. Schade für die Zutaten, die da reingekommen sind. Aber hier ist kein Kuchen. Ich werde ihn nochmal ein bisschen liegen lassen. Vielleicht wird er dann nochmal fester, wenn er ein bisschen ausgekühlt ist. Aber ansonsten sage ich mal, nee, das ist ein Schuss in den Ofen. Aber wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt es in die Kommentare rein. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich bedanke mich jetzt noch rechtzeitig fürs Zuschauen. Und dann sehe ich euch an Bord. Euer Chef. Ich bedanke mich jetzt.